Und schon ist sie wieder vorbei, die vermeintlich schönste Zeit des Jahres. Die Melancholie über das Ende des Sommers legt sich so langsam über das Gemüt vieler Menschen. Der Wunsch, dass der Sommer nie zu Ende geht, den kennen so viele. Wo ich auch hinhöre, immer wieder bekomme ich die Aussage, ach, jetzt beginnt der Herbst. Bei dem Gedanken an die dunkle Jahreszeit entsteht bei vielen ein innerer Widerstand. Die Tage werden kürzer, die Wollpullis nach vorn in den Schrank geräumt, die luftig leichten Sommersachen nach hinten. Und ich friere trotz fünf Kleidungsschichten schon jetzt wieder am Schreibtisch, wenn ich zu lange sitze. Genervt ist man bei dem Gedanken, dass man im Dunkeln aufsteht und dass es bereits dunkel ist, wenn man die Arbeit erledigt hat. In dieser Podcast-Folge bekommst du fünf Tipps gegen den Herbst bloß. Herzlich Willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Arndt und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv. Authentisch. Leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. Sommer steht für Sonne, Wärme, traumhafte Erlebnisse im Sommerurlaub, ewig lange Abende, die man draußen verbringt. Der Blick nach vorn in die Zukunft, der wirkt eher trüb und deprimierend. Herbst, Winter. Doch ist es wirklich so, dass man nur im Sommer die Leichtigkeit des Seins genießen kann? Oder ist es nicht auch im Herbst-Winter möglich? Natürlich fällt es im Sommer, wenn das Wetter schön ist und man sich mehr draußen bewegen kann, einfach leichter, glücklich, zufrieden zu sein, sich leicht zu fühlen. Doch diese Seinszustände kann man auch in anderen Jahreszeiten erleben. Herbst und Winter haben genauso ihre Qualitäten wie der Frühling und der Sommer. Denn würde immer nur Sommer herrschen, höre ich jetzt schon wieder sich viele beschweren, dass es doch eigentlich viel zu heiß ist, man sich kühlere Temperaturen wünscht. Doch alle Unzufriedenheit hilft einfach nicht und lässt den Wandel der Jahreszeiten nun mal nicht aufhalten. Denn im Herbst und Winter ist eher die Phase vom Rückzug, dass man innerlich zur Ruhe kommt und das scheint in unserer ziemlich hektischen Welt für viele ein Wunsch, doch für die wenigsten Realität. Obwohl das Leben in der modernen Gesellschaft unabhängig von den Jahreszeiten funktioniert, spüren trotzdem manche Menschen im Herbst und Winter so eine Melancholie. Bereits der griechische Philosoph Ebiktet sagte, es geht nicht darum, was dir im Leben passiert, sondern wie du darauf reagierst. Ich finde, anhand der Jahreszeiten kann man sehr gut beobachten, wie Menschen mit Veränderungen umgehen. Jedes Jahr aufs Neue. Sind sie im Widerstand oder in der Annahme? Hält man an dem fest, was schon längst vergangen ist und ist im Widerstand zu dem aktuellen Zustand? Lässt man sich von den grauen, trüben Tagen emotional nach unten ziehen? Oder nimmt man die Jahreszeit an? Macht das Beste draus, ist sich zu Hause gemütlich. Immer im September kommt mir das Lied Bunt sind schon die Wälder in den Sinn. Das war schon immer mein Lieblingslied und ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht, weil die Melodie so eingängig ist und dieses Lied ein doch schönes Bild vom Herbst malt. Ich mag dieses Lied so sehr, dass ich es für meine Musikprüfung in der Schulzeit vorbereitet hatte und meine Musiklehrerin wusste das und hat dann tatsächlich zur Prüfung dieses Lied ausgewählt. Und als ich fertig war, haben mir die Prüfer gesagt, na hoffentlich kommt der Herbst nicht so bald. Und ich musste schmunzeln, weil ich dachte, ja, aber der Herbst kommt, ganz gleich, ob ihr das wollt oder nicht. Vieles im Leben hängt eben davon ab, wie wir auf Situationen reagieren. Die Lebendigkeit im Sommer ist verlockend, man fühlt sich frisch, ausgeruht und bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein wirkt das Leben so unbeschwert. Doch auf den Sommer folgt nun mal zwangsläufig der Herbst. Doch wenn ich im Widerstand gegen eine Situation bin, dann macht es diese nur noch anstrengender. Also kann man sich dafür entscheiden, dass es leicht sein darf, indem man loslässt, was war und annimmt, was ist. Und ich weiß, das klingt immer so einfach und mir persönlich fällt es auch unglaublich schwer, Dinge loszulassen. Ganz gleich, in welchem Kontext. Man kann es aber üben, indem man den Fokus immer wieder auf das richtet, wofür man dankbar war und darauf richtet, worauf man sich freut. Denn selbst wenn man vor dem schlechten Wetter in Deutschland fliehen möchte, auch an den schönsten und wärmsten Orten dieser Welt gibt es definitiv Aspekte, mit denen man selbst unzufrieden ist und die man wünscht, dass sie anders werden. Und außerdem nimmt man sich überall hin mit. Damit der Herbst dir dieses Jahr weniger zu schaffen macht, kannst du diese fünf Tipps für dich ausprobieren und dir einen wundervollen Herbst kreieren. Tipp Nummer 1. Mehr Zeit für persönliche Weiterentwicklung. Das Schöne am Sommer ist ja auch, er bietet so unglaublich viel Ablenkung. Man ist eben viel draußen, man trifft sich mehr mit Menschen. Viele Kursanbieter pausieren im Sommer, um dann mit frischer Energie im meistens schon September zu starten. Man hat wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, hat jetzt plötzlich auch irgendwie mehr Zeit, weil es abends natürlich schon schneller dunkel wird. Wenn alles im Garten abgeerntet ist, bleibt auch wieder Zeit, sich mal abends ein Buch zur Hand zu nehmen, anstatt die ganzen Erzeugnisse des Gartens zu verarbeiten. Tatsächlich beobachte ich, dass die Menschen auch wieder offener sind, sich für ein Coaching anzumelden, weil jetzt kein Urlaub dazwischen steht oder man nicht den Vertretungsstress im Sommer hat. Vielleicht liebäugelst du auch schon seit einer Weile mit einem Weiterbildungsangebot und hast jetzt die Möglichkeit, damit zu starten. Denn es gibt keine Ausreden mehr. Die Abende dürfen jetzt wieder gefüllt werden. Denn das beste Mittel, wenn man sich aufregt, dass es draußen schon wieder regnet, ist, sich mit Inspiration und wertvollem Input abzulenken. Ganz gleich, ob die Weiterbildungen jetzt beruflicher Natur sind, fürs eigene Business oder persönlich. Neue Impulse helfen, den eigenen Horizont zu erweitern. Tipp Nummer 2. Frischluftkur auch im Herbst oder gerade im Herbst. Denn wissenschaftliche Studien beweisen, Bewegung macht glücklich. Ein bewegtes Gehirn schüttet so viele Glückshormone aus, dass sie fast wie ein Antidepressivum wirken. Die Veränderungen auf körperlicher Ebene bewirken eben auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie man denkt und fühlt. Bewegung im Sommer ist irgendwie selbstverständlich. Viele Tätigkeiten werden nach draußen verlagert und natürlich macht die Joggingrunde im Sonnenschein auch mehr Spaß, als wenn man sich morgens im Dunkeln aus dem Bett quält und noch zusätzlich die Regenjacke überstülpen muss. Ich benutze Bewegung sehr gern, wenn ich gedanklich feststecke, in so einer negativen Abwärtsspirale gefangen bin. Dann hilft mir Bewegung, da wieder einen Weg rauszufinden. Das ist für mich immer eine Motivation für meinen Spaziergang. Weil Bewegung gerade im Herbst und Winter essentiell ist, kann es hilfreich sein, dreimal pro Woche circa 30 bis 45 Minuten Ausdauersportarten zu betreiben, wie Laufen, Radfahren, Pilates oder Schwimmen. Auch ein Spaziergang im schnellen Schritt bewirkt wahre Wunder. Natürlich darf man sonntags auch mal entspannt flanieren gehen. Wenn sich das Training irgendwie nach draußen verlagern lässt, dann stärkt es zusätzlich nämlich auch noch das Immunsystem. Ich habe das bei mir selbst beobachtet, dass seitdem ich täglich spazieren gehe, ich auch in den dunklen Monaten weniger krank bin. Außerdem lässt sich die Farbenpracht der Wälder viel besser beim Spaziergang beobachten. Der Herbst war für mich als Kind immer eine wundervolle Jahreszeit. Ich habe es geliebt, in einen Laubhaufen zu hüpfen oder auf einem Bein von einer Pfütze zur anderen zu springen. Auf dem Weg von der Schule nach Hause habe ich immer an zwei riesigen Kastanienbäumen Halt gemacht und Kastanien gesammelt. Den Großteil haben wir dann zu unserem Fürster geschafft, der das für die Tiere im Winter bereitgehalten hat. Mit den restlichen noch ein paar Kastanienmännchen gebastelt. Vielleicht hast du auch Erinnerungen an den Herbst, was du als Kind besonders geliebt hast. Dann erlaube dir, diese Tätigkeiten einfach mal wieder auszuführen. Denn das bringt auch Erwachsenen viel Spaß und Freude. Tipp Nummer 3 Eine Lichtdusche gönnen Die Dunkelheit schlägt sich aufs Gemüt wieder. Das ist völlig normal und man muss es auch nicht schönreden oder sich dagegen wehren. Seasonal bedingte Depressionen bezeichnen die Experten diesen einsetzenden Stimmungsabfall, der im Volksmund als Herbst- oder Winterdepression bezeichnet wird. Durch die Dunkelheit tritt einfach weniger Tageslicht auf die Netzhaut der Augen. Das Gehirn reagiert entsprechend darauf, indem es verstärkt das Schlafhormon Melatonin ausschüttet. Vielleicht hast du das bei dir auch beobachtet, dass man irgendwie in den dunklen Jahreszeiten schwerer morgens aus dem Bett kommt und auch abends schon viel früher müde ist. Die Folge eben davon, dass der Schlaf-Wach-Rhythmus völlig aus dem Takt gerät und dadurch die Laune sinkt. Diesem Stimmungsabfall kann man entgegenwirken, indem man bewusst sich Licht aussetzt. Licht steigert einfach das Wohlbefinden. Also sollte man auch im Herbst, wie im Tipp 2 schon gesagt, so oft wie möglich draußen sein. Wenn möglich auch zur Mittagszeit, wo die Sonne immer noch am höchsten steht und das meiste Licht auf die Netzhaut trifft. Grundsätzlich ist es draußen ja auch immer heller als drinnen. Auch wenn es bewölkt ist, kann man durchaus einen Spaziergang machen. Spezielle Tageslichtlampen können im Inneren der Räume ebenfalls die Stimmung steigern. Man kann verschiedene Lichtquellen aufstellen, zum Beispiel in Form von Strahlern oder wenn man es sich ganz gemütlich machen möchte, abends ganz viele Kerzen anzünden, um den Raum in einem warmen Licht zu erleuchten. Denn im Sommer haben die Kerzen nun eine ganz andere Wirkung als in den dunklen Jahreszeiten. Tipp Nummer 4. In Sommererinnerungen schwelgen. Was erinnert dich besonders an den Sommer? Gab es bestimmte Gerichte oder Getränke, die du mit dem Sommer verbindest? Oder Musik, die sofort ein Sommerfeeling in dir hervorruft? All das funktioniert nämlich unabhängig von der Jahreszeit. Man kann sich bewusst Fotos anschauen in tiefer Dankbarkeit darüber, diese wundervollen Momente erlebt haben zu dürfen. Auch ein Gespräch mit den ReisepartnerInnen oder der Familie können helfen, die Erinnerungen frisch zu halten. Tatsächlich rufen Gerüche Erinnerungen viel schneller wach wie kaum eine andere Sinneswahrnehmung. Es braucht nur eine Prise Duft und sofort liefert das Gehirn die Assoziation dazu. Denn das Gehirn speichert Gerüche und Gefühle zusammen in benachbarten Hirnarealen ab, und zwar auf ewig. Ein Erbe der Evolution, denn der Geruchssinn war für die ersten Menschen überlebenswichtig. Eine gute Nase führte zur Nahrungsquelle, warnte vor Gefahr und half bei der Partnerwahl. Man kann ein paar Tropfen Duftöl in eine Duftlampe geben oder in einen Aromadiffuser. Zum Beispiel Zitrone, Orange oder Wiesenkräuter. Auch etwas Sonnenöl oder Creme oder einige Spritze des Sommerparfüms auf der Haut beleben das Sommerfeeling sofort wieder. Tipp Nummer 5. Vorfreude zelebrieren. Bekanntlich ist die Vorfreude die schönste Freude. Das belegt auch die moderne Hirnforschung. Die Erfüllung eines Wunsches, zum Beispiel die lang ersehnte Sommerreise, macht dagegen nur wenige Wochen glücklich. Ursache dafür ist nämlich Dopamin, ein Botenstoff, der den Körper in freudiger Erwartung versetzt. Dopamin sorgt dafür, dass der Fokus auf das Objekt der Begierde gerichtet wird. Es motiviert, das Ziel zu verfolgen. Doch ist das Ziel dann einmal erreicht, verflüchtigt sich das Dopamin wieder und die erfreutige Regung direkt mit ihr. Man kann also jetzt schon bereits Reiseführer oder Urlaubsmagazine durchstöbern, sich Reiseziele auswählen und alles Mögliche an Dokumentationen, Musik, Videos anschauen, um sich inspirieren zu lassen. Es muss auch gar nicht der nächste Sommerurlaub sein, wenn das einfach zu weit weg in der Zukunft ist. Wie wäre es denn mit Weihnachten? Denn allzu oft habe ich das Gefühl, dass nach dem Sommerurlaub Weihnachten schon direkt vor der Tür steht. Auch da kann man für sich die Advents- und Weihnachtszeit bewusst zelebrieren, indem man sich überlegt, wie konkret man die Zeit verbringen mag. Fremdbestimmt durch den üblichen Jahresendstress, in dem noch alles kurz vor den Feiertagen abgearbeitet und alles für den üblichen Verwandtschaftsbesuch vorbereitet werden muss. Oder man macht sich frühzeitig Gedanken, ob man dieses Jahr mal etwas anders machen möchte, sich vielleicht mehr Ruhe gönnt, nicht jede Einladung zum Weihnachtsmarkt annimmt, gewisse Termine einfach aufs nächste Jahr verschiebt, mal weniger bis keine Geschenke besorgt oder einfach in den Urlaub fährt. Es gibt also viele Möglichkeiten, dem Herbst bloß entgegenzuwirken, und zwar ganz aktiv. Hier nochmal die Zusammenfassung der fünf Tipps. Tipp Nummer 1 Mehr Zeit für persönliche Weiterentwicklung Tipp Nummer 2 Frischluftkur Tipp Nummer 3 Lichtdusche gönnen Tipp Nummer 4 In Sommererinnerungen schwelgen Tipp Nummer 5 Vorfreude zelebrieren Ich wünsche dir einen wundervollen, magischen Herbst, in dem du für dich die wundervollen Seiten dieser Jahreszeit entdecken kannst. Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge Go with the Flow Alles Liebe Deine Christine